Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres gemeinsamen Playthroughs zu The Seven Continent bei Genus Solo. Ich wünsche viel Spaß dabei. Achtung, dieses Video enthält Spoiler. Willkommen zurück, liebe Ballonfahrer. Es geht weiter mit unserem Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Wie letztes Jahr schon angekündigt, ab diesem Jahr immer donnerstags. Ihr habt aber dennoch Zeit bis Sonntag, um eure Eindrücke bzw. eure Ideen hiermit walten zu lassen, indem ihr etwas in die Kommentare schreibt, wie denn die Reise immer weitergehen soll. Für diejenigen unter euch, die mich noch nicht gehört haben in diesem Jahr, für euch, für eure Familie, für eure Freunde, alles Gute für das Jahr 2020. Vor allen Dingen Gesundheit, das ist immer das Wichtigste. Aber wenn man Spaß am Spiel hat, ist das auch gut. Bevor wir jetzt gleich weitermachen, in der letzten Ausgabe ist mal ein kleiner Fehler unterlaufen, den werde ich jetzt aber auch nicht mehr korrigieren, weil einfach danach zu viel passiert ist und das kann ich schlecht rückabwickeln, ist aber auch nicht so dramatisch. Ich will es nur noch mal ankündigen. Wir hatten das letzte Mal eine Bewegung gemacht von hier, hier hin. Dabei ist uns beim ersten Versuch das leider nicht geglückt. Und ich hätte den Negativ-Konsequenz-Schritt ausführen müssen, was bedeutet, ich fahre ganz normal auf das nächste Feld, hätte also nicht nochmal eine Reise machen müssen, aber hätte dafür zwei von meinen Karten aus dem Aktionsdeck ablegen müssen und eine neue Windkarte ziehen. Okay, das ist mir jetzt leider verwert gewesen. Dafür habe ich den Versuch nochmal gemacht. Dabei habe ich auch zwei Karten aufgebraucht gehabt. Okay, ich habe jetzt keine neue Windkarte, will ich jetzt aber auch nicht ziehen, weil ich bin danach nochmal weitergefahren, was ja auch wieder erhöhter Windaufwand war. Und jetzt fahren wir ja sowieso nur noch ein Feld hier nach Süden, denn eure Meinung war, wir wollen hier versuchen zu landen, obwohl es nicht ganz so leicht ist. Und wir brauchen ja vier Erfolge und wir haben über unsere Journal nur zwei Erfolge, die wir machen können. Nur eine Karte dürfen wir ziehen und dadurch wird das Ganze etwas schwieriger. Und dennoch, euer Wunsch ist mein Befehl. Deswegen werden wir jetzt hier nach Süden reisen, benötigen gar keinen Erfolg, aber eine Karte, um dort hinzukommen, das ist nicht das große Problem. Unser größeres Problem ist eher, unser Aktionsdeck ist relativ stark ausgedünnt und ich hoffe, wenn wir es schaffen, hier zu landen, dass wir dort unten tatsächlich ein Jagdgebiet finden, um uns diese Karten wieder etwas zu vergrößern. Mal sehen, was wir bekommen. Wir bekommen einmal Feuer. Unsere Kartenhand ist Feuer. Mal sehen, welche Karte ich weglege. Erfolgreich war das Ganze. Wir können erst mal hier hinfahren. Das Feuer, das bleibt erst mal auf der Hand. Denn wenn wir sowieso jetzt landen sollten, wir finden ein Jagdgebiet, werden wir ein Feuer brauchen. Das werden wir wahrscheinlich auch gleich bei der Landung dann aufbrauchen. Aber ich muss eine Karte ablegen und das wird sie diesmal diese sein. Weil hier muss ich immer zusätzliche Karten ablegen zum Kämpfen, Brütteln oder irgendeine Kraftaktion. Ich denke mal, ich werde diesmal drauf verzichten und diese ablegen. Okay, und dann versuchen wir doch mal unser Landemanöver. Wir dürfen die Karte nicht modifizieren, außer mit Gegenständen. Das heißt, eine Karte ziehen, vier Erfolge. Zwei Erfolge bekommen wir automatisch bei unserer Landeaktion dafür. Und dafür, das heißt, wir benötigen nur noch zwei Erfolge. Aber halt nur eine Karte. Ich habe aber zur Not auf meiner Karte noch einen zusätzlichen Erfolg. Denn die Chance, zwei Erfolge mit einer Karte zu kriegen, ist sehr gering. Einer ist jetzt nicht ganz so schwierig, aber auch nicht sicher. Aber wir haben auch keinen negativen Konsequenzen. Das heißt, wir können es etwas probieren. Kostet uns halt nur jede Menge Karten. Okay, ein Versuch, eine Karte. Ach, da haben wir keinen Erfolg. Und wir haben den Splint. Ach, den benötigen wir aber nicht. Der geht gleich in die Ablage. Zweiter Versuch. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang. Und wir haben einen Erfolg. Okay, das ist unser dritter Erfolg. Brauchen wir aber vier. Deswegen gebe ich jetzt natürlich noch diese Karte dazu ab. Das heißt, die geht auch in die Ablage. Und dazu habe ich auch noch Platz wieder auf meiner Hand. Und somit geht dieser Wanderstock auf die Hand. Doch, wir haben es geschafft. Karte 751 wird gezogen. Diesmal für die Landung nur eine Karte. Hat nochmal geguckt, ob ich auch die richtige erwischt habe. Aber ansonsten war es immer die Karte 701, diesmal die 751. Auch hier werden wir jetzt wieder erfolgreich unsere Landung initiieren. Und haben diese Rückseite, die uns schon bekannt vorkommt, ist es genau das Gleiche, was wir sonst immer haben. Wir landen auf dem Feld. Das heißt, Wind geht weg. Wir nehmen die grüne Karte, auf der wir stehen mit der gleichen Nummer. Und wenn wir den Vogelfluch haben, den haben werden. Wir sind the Prison of Clouds. Wir dürfen jetzt eine Karte ziehen mit der Zahl, die hier draufsteht. Schauen wir nochmal, welche das war. Das ist die 735. Plus das, was dieser Vogel ausmacht in unserem Journal. Das ist eine 13. Somit haben wir die Karte 47, die wir jetzt ziehen müssen. Welche diese ist. Und ihr seht auch hier, wir haben korrekt ermittelt diese Zahl. Und mal sehen, was jetzt passiert. Der Vogel bewegt sich plötzlich ängstlich, als wäre er vor einer schrecklichen Erinnerung überwältigt. Er beginnt schnell zu sprechen und ändert seine Stimme, um einen eigenartigen Dialog zu erzeugen. Gipton, es ist schrecklich. Sieh, ein toter Körper. Sei leise, Norbert. Ich kann sehr gut sehen. Aber bitte flüstere. Die Leiche ist noch warm und... Moment mal. Es fehlen Teile davon. Der Vogel versucht, ein Rumpeln zu erzeugen, das wie nichts klingt, was du jemals zuvor gehört hast. Aber seltsamerweise verstehst du, was es bedeutet. Ich will es mir nicht ansehen, Sir. Diese Uniformfetzen. Sag mir nicht, das ist... Er ist es. Anscheinend haben wir den armen Flintier gefunden. Bleib weg und pass auf. Die Verrückten, die ihn zerstückelt haben, sind vielleicht noch hier. Wer könnte das getan haben? Psst, mach weiter so, du Narr. Willst du wie er enden? Käpt'n, können Sie mit aufhören, darüber zu reden? Ich fühle mich nicht so gut. Sie müssen hier gelandet sein, genau wie wir, bevor sie angegriffen wurden. Käpt'n, wir sollten so schnell wie möglich verschwinden. Diesmal hast du recht, Norbert. So sehr ich diesem Mann ein anständiges Begräbnis geben möchte, ich denke, je länger wir bleiben, desto größer ist die Gefahr. Lass uns von hier verschwinden. Ein neuer Regenschauer hat den Bogen besonders weich gemacht. Der Korb des Heißtufzballons ist acht Zentimeter tief in den Schlamm gesunken und plötzlich wirst du von unzähligen Blutsaugen mit den Insekten angefallen. Oh oh, das klingt gar nicht gut, was hier passiert ist in der Vergangenheit. Sie haben ihren alten Kollegen Flintier gefunden gehabt und der ist nicht mehr ganz so taufrisch, denn er wurde von Eingeborenen oder von irgendwelchen anderen Kreaturen, was auch immer, zerstückelt. Und ja, nicht mal ein Begräbnis ist ihm vergönnt, denn die beiden haben nichts anderes vor, als so schnell wie möglich wieder das weiterzusuchen. Hat für uns natürlich die Konsequenz. Die Frage ist, finden wir hier irgendwas, was für unseren Fluch dienlich ist? Kann sein, kann nicht sein. Und die beiden haben uns darüber nichts berichtet, dass sie in der Nähe irgendwas da entdeckt haben. Ich würde sagen, ich werde ein bisschen die nähere Umgebung erkunden. Vielleicht finden wir ja das Jagdgebiet, was wir unbedingt benötigen, um unsere Kartenhand wieder aufzufüllen und dann entscheidet ihr, wie es dann weitergeht. Doch ein paar kleine Schritte müssen wir noch tun. Als erstes natürlich hier auf dieser Karte noch beschrieben. Ich muss jetzt alle Karten aus der Vergangenheit, alle, die wir auf dem Board hatten, wieder zurück in die Schachtel sortieren. Das ist eine Menge Einsortiererei. Das werde ich jetzt gleich noch tun, aber alles natürlich offscreen. Des Weiteren, wir haben natürlich diese Karte gehabt und hier unten steht, nachdem wir diese Karte aufgedeckt haben, können wir jetzt zwei Karten zufällig wieder zurück mischen in unser Aktionsdeck für jede Karte Ballon Ride, die wir in unserem Journal bereits haben. Da zählt die jetzt noch nicht dazu. Wir haben aber bereits mittlerweile drei Stück davon. Das heißt, wir können jetzt sechs Karten wieder zurück tun. Das ist schon mal cool, denn wir brauchen unbedingt Karten. Und das nächste Mal, wenn wir die nächste Landung initiieren und wieder so eine Karte ziehen, hätten wir dann schon vier. Da könnten wir schon acht zurückziehen. Auch dadurch kriegen wir wenigstens hier und da ein paar Karten zurück. Dann nehmen wir hier unseren Ablagestabel. Der ist mittlerweile relativ dick. Da müssen wir unbedingt Karten zurück. Beachtet, wir haben auch noch unser Relikt, was uns 25 Karten wieder zurückbringen würde. Der sollten wir aber vorher vielleicht unsere Bonuskarte anwenden auf das Relikt, was vielleicht dadurch passiert. Auch das wäre noch eine Option. Auch das bitte mir mitteilen, wenn ich das aktivieren soll. Okay, sechs Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Diese Karten tue ich jetzt in unser Aktionsdeck wieder hinein mischen. Und dann schauen wir uns doch mal um, was hier so ist. Wir haben drei Wege, die wir bestreiten können. Und eine Sache, die wir uns näher anschauen sollten, werden wir auch tun. Das ist die 771. Das kostet uns aber auch wieder etwas. Mal bringen es das. Das ist natürlich alles sehr, sehr teuer hier. Bedeutet zwei Erfolge. Brauchen wir eine Karte. Für zwei Erfolge muss ich schon etwas mehr Karten ziehen. Ich würde sagen, ich leere erstmal meine Kartenhand, indem ich ein paar Gegenstände baue. Denn die ist sowieso voll. Und da habe ich diese drei Sachen auf meiner Hand. Ich habe leider nur die Liane als Ressource. Die nützt uns hier gar nichts. Hier benötigen wir Holz und hier brauchen wir Blätter. Bei der Karte ist das nicht ganz so dramatisch. Wir haben unseren Werkzeugkoffer. Bedeutet eine Karte weniger ziehen. Das heißt, wir können diese Kriegsbemalung sofort bauen. Ohne weitere Kosten. Das werde ich auch tun. Hier würde uns das jeweils eine Karte kosten. Ich warte mal noch, was ich so finde. Beziehungsweise was die Ereignisse sind. Dann werde ich den vielleicht noch bauen, wenn ich mich bewege, um da noch ein paar Kosten zu sparen. Und mit dem Feuer warte ich mal noch, ob ich ein Jagdgebiet tatsächlich finde. Das heißt, die beiden gehen zurück auf die Hand und die Kriegsbemalung baue ich. Wir haben das Keyword Aggressive oder Stealth. Das passt am besten zu unserem ersten Stack. Denn da haben wir Stealth dabei. Wir haben auch noch genug Platz. Denn ein, zwei, drei, vier, fünf Karten. Eigentlich nur vier. Aber aufgrund des Kürbchen dürfen wir drei mehr in diesem Stack haben. Somit sieben Karten. Ist also kein Problem, jetzt hier eine sechste Karte dazu zu machen. Und dadurch hier die Aufladung von zwei auf vier zu drehen. Das wird uns auf alle Fälle helfen. Doch die Gegenstände selber nützen uns nichts für diese Erkundungsaktion. Wir haben nichts mit diesem Auge. Somit eine Karte zwei Erfolge. Mit einer Karte werde ich es nicht schaffen. Es gibt keine Negativkonsequenz. Deswegen, ich werde es einfach mal mit zwei Karten probieren. Wir haben ja schon ganz viele Flüsche und Flying Roots weggehabt. Deswegen hoffe ich jetzt mal nicht, dass es so negativ ist. Oh, das sieht gut aus. Ach, es sind viel zu viele Erfolge. So, rum war es. Okay, zwei hätten wir sowieso benötigt. Oh, da haben wir wieder die Erfolgskarte und einen Bogen. Wir wollen jagen gehen. Ah, das ist eine schwere Entscheidung. Aber ich habe zum Glück noch Remember. Da könnte ich mir dann auch was zurückholen, wenn ich es benötige. Die Frage ist, nehme ich die bei Erfolg oder nehme ich den Bogen? Ah, ich würde sagen, ich nehme den Bogen auf die Hand. Bauen kann ich ihn zwar auch, aber nur die Lianekosten würden gespart werden. Auch hier zwei Holz. Ah, ist schwierig. Aber okay, ich nehme den Bogen auf die Hand. Es ist wieder die fünfte Karte und diese gegen die Ablage. Doch, wir haben es geschafft. Karte 771. Und da haben wir diese. Du studierst die Umgebung mit großem Interesse. Der Sumpf scheint voller Gefahren zu sein, die sich im Schatten verbergen. Glücklicherweise bietet er auch eine Reihe von Verstecken, um potenziellen Bedrohungen vorzubeugen. Okay, so wirklich viel haben wir nicht entdeckt. Außer die Erkenntnis, dass es im Sumpf gefährlich ist. Doch wir haben eine Möglichkeit, dass wir jetzt beim Erkunden, ja toll, im Nachgang ist es natürlich nicht mehr ganz so effektiv. Aber okay, minus eine Karte und ein Erfolg. Aber auch beim Verstecken. Vielleicht wird das ein oder andere Ereignis vielleicht noch ausgelöst. Wissen wir noch nicht. Aber es wird auch hier unten angelegt. Vielleicht hat es hier auch noch eine gewisse Relevanz. Was wir aber noch machen dürfen, ist, dass wir jetzt drei Karten von unserem Ablagstabel zufällig ziehen. Diese aufdecken. Sollte es eine Fluchkarte dabei sein, müssen wir diese Karten ablegen und uns die Karte 103 nehmen. Was eine Statuskarte wäre. Nicht ganz so toll. Sollte da keine Fluchkarte dabei sein, dürften wir alle Karten mit Stealth oder Vigilance in unser Aktionsdeck zurück mischen. Das wäre natürlich eine coole Sache. Und dann hole ich mal unsere Aktion, beziehungsweise unseren Ablagstabel. Mischen den Ablagstabel gut durch und ziehen drei Karten und hoffen mal nicht, dass das jetzt eine Fluchkarte dabei ist und hoffe auf viel Stealth oder Vigilance. Wir haben einmal keine Fluch, aber auch nicht das, was wir benötigen. Dann haben wir, ja, das nützt uns auch nichts, aber ist auch keine Fluchkarte. Okay. Und dann haben wir, na, wenigstens eine Karte mit Vigilance. Das heißt, die können wir zurück in unser Aktionsdeck hinein mischen und die anderen Karten bleiben ganz normal abgelegt. Immerhin besser als gar nichts hat uns das wenigstens eine Karte wieder zurückgebracht, weil wir hatten ja zwei Karten gezogen gehabt. Somit nicht ganz so dramatisch. Mehr gibt es auf dem Feld auch nicht zu erkunden. Mehr sehe ich jedenfalls nicht. Dann haben wir jetzt drei Wege, ich würde sagen, wir machen Uhrzeigersinn einfach weiter mit diesem Ereignis und da haben wir dieses. Ein nackter Mann kauert mit dem Rücken zu dir. Sobald er dich hört, dreht er sich schnell um und steht auf. Er ist klein und stämmig und hat Narben am Körper. Er starrt dich nervös an, hält einen langen, gezackten Säbel in der Hand und sieht so unsicher aus, dass du dich gegen einen Angriff entscheidest. Okay. Das ist eine gezwungene Aktion, wir müssen sie auch gleich ausfüllen. Was mich ein bisschen verdreht, weil hätte ich doch lieber Remember vorher gespielt, um ihr Erfolgskarten zurückzuholen. Denn wir brauchen zwei Erfolge, um ihn also ein bisschen zu besänftigen, was auch immer er ist. Und wir wissen, was das für eine aggressive Umgebung ist, was den armen Flentier passiert ist. Deswegen will ich auf alle Fälle nicht riskieren, dass wir hier einen negativen Konsequenzschritt haben. Positiv wäre, wir kriegen die 630 plus, wenn wir dieses Symbol haben, was ich noch nie gesehen habe, eine andere Karte zeigen. Bleibt nur die 630 für uns übrig, wenn wir es schaffen sollten. Zwei Erfolge. Ich denke mal, ich werde auf alle Fälle Sicherheitshaber auf drei Karten gehen, auch wenn wir uns das eigentlich nicht leisten können. Aber sicher ist sicher, da bekommen wir, oh, 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 doch, das hat gereicht. Es sind drei Erfolge. Feuer, das haben wir auch schon, das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier Learn by Doing und wir haben diese Notizen, ich glaube, die brauchen wir nicht. Ich nehme mir mal diese, weil da kann ich relativ schnell die Gegenstände bauen aufgrund dieser Minus-3-Karten und die gehen in die Ablage. Unsere Kartenhand ist wieder gesprengt und ich möchte diesmal aber nicht unsere Gegenstände abgeben und auch nicht diese Learn by Doing Karte, weil uns die beim Bauen hilft. Deswegen, auch wenn es mir schwer fällt, vielleicht kommt sie irgendwann wieder, ich werde mal diese Karte, die uns schon von Anfang an fast begleitet hat, mal ablegen. Aber momentan haben wir Statuseffekte, um diese super Sachen auszuführen. Aber ob wir es jetzt erstmal brauchen, ich weiß nicht. Das hätte uns jetzt hier was genützt, aber da wir mehr als eine Statuskarte haben, auch nicht möglich. Deswegen erstmal ablegen. Und jetzt dürfen wir erstmal die positive Konsequenz ausführen, was die Karte 630 ist. Du bist in der Reichweite des Mannes und ihr beide starrt euch verwirrt an. Er scheint deine Sprache nicht zu sprechen oder aggressive Absichten zu haben. Nach ein paar Minuten winkst du vorsichtig mit deiner Hand, um dich zu verabschieden. Und ganz unerwartet und sichtlich faszinierend entscheidet sich der Mann, dir zu folgen. Okay, unsere Überredungskünste scheinen erfolgreich gewesen zu sein. Oh, eine Bonuskarte und ein Silent Man wird uns begleiten. Ja, einen Platz haben wir noch mit unserer Bonuskarte, können wir also auf die Hand nehmen. Folgende Konsequenz, wenn wir ihn dabei haben, am Kämpfen, Kraftaktionen oder Schlafen, dürfen wir während der Ergebnisphase 2 unserer gezogenen Karten wieder zurückmischen ins Aktionsdeck. Aber die Erfolge zählen nicht dazu, dann dürfen wir nochmal genauso viele Karten nachziehen und dann diese Erfolge dazu addieren. Ist gar nicht so schlecht, kann man mal halt negative Sachen wegmachen oder Flüche wegmachen und, und, und. Gar nicht so verkehrt. Aber er wird uns, ja, er wird abhauen, sobald wir schlafen oder eine Karte mit Ambush ziehen. Das heißt, wenn wir in einen Hinterhalt geraten. Aber okay, jetzt können wir ihn erstmal auf die Hand nehmen. Wunderbar ist unsere vierte Bonuskarte. Und zu guter Letzt natürlich jetzt dürfen wir aufdecken, was bei 6,94 ist. Hier wurden zahlreiche Hütten gebaut. Es muss daran liegen, dass das Meer am Rande dieses Sumpfes liegt und eine einheimische Nahrungsreserve bietet, die den umliegenden Gebieten möglicherweise fehlen. Ein übler Gestank erreicht deine Nasenlöcher, getragen von einem leichten Ostwind. Und haben wir das gefunden, nachdem wir gesucht haben und zwar etwas, wo wir Nahrung sammeln können oder irgendwas, was jedenfalls hier diesen eingeborenen Hütten dazu befähigt, hier Nahrung zu sammeln. Und ich denke mal, das wird hier unten an dieser Stelle sein, weil hier gehen die Felder einfach weiter. Doch bevor ich hier runtergehe und schaue, ob hier tatsächlich irgendwas zum Jagen ist, schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir haben ja hier noch zwei Wege, die wir gehen können. Da würde ich sagen, gucken wir, na, gucken wir mal zuerst hier hin. Mal sehen, was wir hier haben. Und noch eine Bonuskarte. Oh, jetzt müssen wir eine loswerden. Was haben wir hier? Als du das erste Mal auf dem siebten Kontinent ankamst, dachtest du, du wärst die erste zivilisierte Person, die dieses mysteriöse Land erkundet hat. Ja, Eroberer aus der Vergangenheit. Karte mit dem Schlüssel wird antik. Hatten wir mal gehabt, wir hatten eine Cowboyhut, wir hatten mal so ein Schwert gehabt. Haben wir alles nicht mehr. Wir brauchen drei davon, um dieses auslösen zu können. Ich denke mal, ich werde sie auf die Hand nehmen, muss aber dafür eine andere Bonuskarte ablegen. Aber sie kommen dann ganz normal in den Discard Pie, beziehungsweise in die Vergangenheit. Und zwar, ich werde hier dieses Inspirierend wegnehmen, weil das hilft mir tatsächlich nur beim Nachdenken, Musik machen oder entschlüsseln und das Ganze auch nur einmal. Und danach muss ich es eh in den Bandage-Bereich tun. Das heißt, ich denke mal, ich werde es erst mal nicht verwenden und erst mal ganz normal in die Vergangenheit ablegen. Okay, dann denke ich mal, schauen wir mal, was jetzt hier noch bei 798 zu finden ist. Die sterbenden Äste greifen und ziehen an deinen Kleidern. Im Norden ist die Vegetation so dicht und die Umwelt so bedrohlich, dass du dich entschließt, an Ort und Stelle zu bleiben. Okay, hier geht der Dschungel weiter, wird wahrscheinlich immer dichter. Hier gibt es eine Aktion, dass wir hören können. Hören, vielleicht hören wir irgendwelche Tiere auch da. Könnte vielleicht ein Jagdgebiet dahinter stecken. Ach, ganz viele Möglichkeiten. Aber ich denke mal, ich schaue mal noch, was hier im Norden ist, bevor wir da irgendwo hingehen. Und da haben wir dieses. Du kommst zu einem Hain mit mehreren Bäumen, die vor dir stehen. Die Griechpflanzen, die sich um einen von ihnen wickeln, sehen besonders stark aus. Du kannst anhalten und versuchen, eine abzureißen oder deine Reise fortsetzen. Hm, was machen wir? Wir könnten einfach weitergehen und dann die Karte abgelegt und dann kommt nochmal die Gebietskarte dorthin. Oder wir könnten versuchen, drall herumzureißen. Eine Kraftaktion, eine Karte, ein Erfolg. Ich denke mal, ich werde es ganz einfach mal probieren. Brauche auch keine Karte ziehen, da ich da passende Gegenstände dafür habe. Und zwar dieses Seil. Warum nicht verwenden? Eine Karte weniger, ein Erfolg sowieso. Somit einfach nur den Gegenstand verwenden. Und damit haben wir es automatisch geschafft. Und dann schauen wir nochmal. Es gibt sogar zwei Karten davon, welche wir hier nehmen können, sollten, dürften, können. Und dann nehmen wir diese an. Da dachte ich mir schon fast, dass wir irgendwie eine Art Seil dann runterreißen. Ja, auch hier wieder dasselbe Symbol. Hilft uns auch wieder beim Klettern. Kraftaktion. Oh, und wir könnten... Ach, aber Lianen haben wir eigentlich genug. Aber ist vollkommen egal. Wir können erstmal diese Sache in unser Inventar packen. Noch viel Platz habe ich nicht. Denn dieser Gegenstand hat nur noch einen Platz frei. Den will ich mir aber mal aufheben, damit ich hier die Aufladung wieder hochschrauben kann. Und die beiden sind voll. Obwohl wir hier das Schlüsselwort-Skill haben. Genauso wie hier werde ich das Ganze erstmal hier hinpacken. Obwohl mir das Ganze nicht so gefällt. Und ich habe ein paar Gegenstände auf der Hand, die ich gerne bauen wollte. Und ich habe nicht dieses Schlüsselwort. Kann also sein, dass ich das wieder wegwerfen werde, um halt von den anderen Gegenständen etwas mehr zu profitieren. Werden wir dann sehen. Noch weiter geht's. Wir haben das Ereignis geschafft. Karte 709. Diesmal ohne Text. Nur eine Karte. Und ganz wenig. Es scheint keine geeignete Route zu geben, die in diese Richtung führt. Okay, also hier gibt es keine Route hin. Das heißt, es kommt keine Terrorkarte an diese Stelle. Und das Ganze wird auch wieder direkt in die Schachtel zurückgelegt. Okay, also eine Art Sackgasse. Kommt auch keine Ereigniskarte hin. Also in dem Sinne ist dann hier wirklich, wenn hier keine Ereigniskarte an diesem Ball dran ist, bedeutet das, dass man hier keine Terrorkarte anlegen kann. Okay, ist das Ganze etwas eingeschränkt, führt uns wahrscheinlich hier und da immer mal wieder in die Irre. Mal gucken. Okay, mehr können wir aber nicht tun. Ja, jetzt wollte ich aber gerne hier hinlaufen. Kostet mich aber zwei Bewegungspunkte. Ich habe auf meiner Hand noch den Wanderstock. Den wollte ich gerne bauen. Zusammen natürlich auch mit den Bogen, weil wenn ich noch jagen gehen möchte. Problem ist das Schlüsselwort. Und ich würde es gerne mit Will verwenden. Deswegen werde ich tatsächlich, auch wenn es schwer fällt, das wieder wegwerfen. Ganz normal in die Vergangenheit kommt das Ganze hinein, damit ich ein bisschen Platz in meinem Inventar habe. Und dann werde ich jetzt hier diesen Wanderstock bauen. Dafür benötige ich noch diese Karte, minus drei, damit ich hier überhaupt keine Materialien verwenden muss. Somit der Wanderstock gebaut. Vier Aufladungen hat er drauf. Und eine werde ich auch gleich verwenden, um eine Bewegungsaktion zu machen. Ich hatte es ja gerade angedeutet. Minus zwei Karten. Somit das Ganze jetzt nur noch auf drei. Führen wir also die Bewegung aus. Zwei Karten waren ja erforderlich. Minus zwei durch den Wanderstock. Dürfen wir uns positiv hier hin begeben. Und bevor ich jetzt hier noch links und rechts gucke, gucke ich natürlich, ob hier tatsächlich ein Jagdgebiet ist. Da brauche ich erstmal eine Karte, um das Ganze zu erkunden. Und da haben wir... Ach, schöne Erfolgskarte. Okay, wir haben Platz auf unserer Hand. Die kann ich auf alle Fälle erstmal aufnehmen. Und dann haben wir das Ganze geschafft. Karte 776. Gibt es nur eine. Eine goldene gibt es nur noch. Auch das ist ein Zeichen für ein Jagdgebiet. Und da bekommen wir... Oh, das ist kein Jagdgebiet. Es ist ein Fischgebiet. Und wir haben nicht wirklich irgendwelche Gegenstände bei uns, die uns beim Fischen helfen könnten. Ach, das ist natürlich nicht ganz so günstig. Aber okay. Doch, ich sehe gerade auf meiner Hand, eine Sache könnte uns doch hilfreich sein. Und zwar der Bogen. Der unterstützt uns beim Jagen. Oder beziehungsweise beim Angeln. Wie auch immer das geht. Wahrscheinlich nimmt man dann die Pfeile und tut damit ins Wasser pieksen, um die Fische rauszuholen. Könnten wir dann auch gleich bauen. Die eine haben wir. Okay, hier müssten wir zwei Karten ziehen. Werkzeugkiste haben wir auch noch eine Karte. Weniger wäre in dem Sinne gar nicht so dramatisch. Aber ich werde mal sehen, was hier noch ist. Links und rechts. Bevor ich so weit gehe, schauen wir hier. Erstmal auf der rechten Seite. Und da haben wir... Ach, noch eine Bonuskarte. Oh, da müssen wir wieder eine wegwerfen. Okay, was haben wir? Ja, du stolperst über eine verknotete Baumwurzel und fällst flach auf dein Gesicht in den Schlamm hinein. Tja, sind wir in den Matsch gefallen? Okay. Aber als wir in den Matsch gefallen sind, sofort als wir das aufgedeckt haben, verlieren wir unseren Blutungsstatus. Denn wir haben einen drauf. Das ist schon mal cool. Weil wahrscheinlich durch die Nässe im Sumpf wird jetzt quasi dieses Blut abgespült oder halt mit dem Schlamm abgedeckt. Somit, dieser Start ist wieder zurück. Aber was mache ich mit dieser Karte? Da ist es wieder die fünfte und ich darf ja nur vier Bonuskarten haben. Die anderen sind aber meines Erachtens besser als hier Stealth oder Jagen für eine Aufladung das Ganze benutzen. Zumal wir hier nicht jagen können, sondern fischen. Würde ich ganz einfach sagen, ich nehme diese Karte nicht auf die Hand und tue sie auch ablegen in die Vergangenheit. Wie gesagt, getan. Aber weiter geht's jetzt. Können wir doch erfahren, was hier bei 7,55 ist. Ein riesiges Massengrab voller verrottender Körper liegt mitten auf einer Lichtung. Guter Herr, was ist hier passiert? Du scheust dich davor, einen weiteren Schritt zu tun. Und doch. Wahnsinn, ein Massengrab scheint hier zu sein mit ganz vielen toten Körpern. Wahrscheinlich ist hier auch unser armer Flint hier dabei. Die Frage ist, finden wir da irgendwas dabei? Oder ist es eher was Abschreckendes? Wir haben ja noch was zum Erkunden. Das bringt uns aber auch hier wieder zu dieser Karte, die wir von der Seite ausgelöst haben. Also nicht wirklich effektiv, zumal uns auch hier die Aktion gar nichts nützt. Okay, jetzt die große Frage, was tun wir? Bambus finden wir, brauchen wir gerade nicht. Okay, gucken wir mal noch in diese Richtung. Obwohl, müssen wir gar nicht. Es ist die Karte 709, die dahinter ist. Das ist die gleiche wie hier oben. Das heißt, hier an dieser Stelle wird eine Sackgasse entstehen. Wozu soll ich dann dieses Ereignis auslösen? Könnte wieder eine Bonuskarte sein, aber ich habe sowieso so viel auf der Hand. Deswegen werde ich mir das Ganze jetzt sparen, um nicht Gefahr zu laufen, mir irgendwas Negatives zu haben. Ja, da sind wir ja eigentlich schon quasi fast durch. Heißt, wir könnten uns jetzt dem ruhigen Job des Fischens widmen, wenn wir gut Materialien hätten. Aber okay, wir werden als erstes den Bogen bauen. Ja, da haben wir. Das heißt, zwei Karten müssten wir noch ziehen. Wir haben unseren Werkzeugkoffer. Eine Karte weniger brauchen wir nur eine ziehen. Wir haben noch ein bisschen Platz auf der Hand. Das ist also nicht so schlimm. Und da haben wir hier eine Prodigy-Karte. Das ist schon mal cool. Da haben wir noch mal Minuskarten, falls wir es mal benötigen. Wir haben auch noch Remember auf der Hand. Und wir haben noch etwas zum Feuer machen. Also alles, was uns nachher vielleicht beim Essen helfen könnte. Aber wir haben erst mal den Bogen gebaut. Auch der Bogen hat das Schlüsselwort Will. Das heißt, direkt hier unter den Wanderstock dran machen. Vier Aufladung dazu zu den drei. Wer auf sieben, mehr als sechs geht nicht. Aber da haben wir auf alle Fälle einen Bogen, den wir maximal einsetzen können. Und noch den Wanderstock. Ich denke mal, das ist effektiver gewesen, als dieses abgerissene Stück Seil da im Inventar zu haben. Zumal wir hier ja ein direktes Seil ja selber haben. Okay, ihr Lieben. Aber an dieser Stelle werde ich euch ein bisschen Entscheidungen treffen lassen. Und zwar wie folgt. Wir haben ja nur noch ganz wenig Aktionskarten. Wir müssen uns auf alle Fälle irgendwie stärken. Es gibt drei Sachen, die ich jetzt gern von euch wissen möchte. Als erstes das Angeln. Ist klar, wir dürfen zwei Karten ziehen. Wir dürfen das auch nicht modifizieren wegen dem Schloss. Wir haben den Bogen, bringen uns einen weiteren Erfolg. Hätten wir in dem Sinne vielleicht, und hier mit zwei Karten, zwei Erfolge, die drei Erfolge. Wir könnten das Ganze aber, bevor wir das angehen, mit Remember auch noch etwas vergrößern, indem wir uns eine Erfolgskarte holen. Es gibt ja die mit dem einen Stern ohne Konsequenzen und die mit den zwei Sternen, wo wir danach erschöpft sind. Aber dadurch könnten wir etwas mehr fischen, weil wir vielleicht dadurch mehr Erfolge. Deswegen gibt mir einfach einen Faden, wie ich diese Angelaktion jetzt am besten angehen soll. Zweite Sache, die ich für euch gern erfahren möchte. Unser Aktionsdeck ist sehr, sehr ausgedünnt. Wir haben immer noch das Relikt auf der Hand und wir haben da zusätzlich auch noch diesen Reliktjägel, den ich natürlich vorher aktivieren würde, bevor ich dieses Relikt abgebe und mir dann, wie viel waren es noch mal, 25 Karten wieder zurückhole. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt? Ja oder nein? Ihr dürft das Ganze entscheiden. Und ihr sagt, ihr wollt das Ganze weiter im Inventar lassen? Dann behalten wir es weiter. Und die dritte Sache, die ich von euch erfahren möchte, wie machen wir weiter? Wir haben eigentlich nicht viele Möglichkeiten, denn hier ist die Sackgasse 709 und hier auch. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da kommen wir ja nirgendwo weiter. Das ist ein Minigebiet. Okay. Oder wir finden hier oder hier etwas, was uns befähigt, da irgendwo weiter zu gehen. Deswegen, meine Bitte an euch, gebt mir Bescheid, soll ich das vorher noch untersuchen? Soll ich mit dem Ballon gleich aufsteigen? Soll ich es untersuchen und dann egal, was ich finde, mit dem Ballon aufsteigen? Oder soll ich es untersuchen und wenn dann irgendwo der Weg weitergeht, diesen auch weiter bestreiten? Gebt mir dahingehend bitte einen kleinen Faden. Vielleicht, wenn wir oben in der Luft sind, ich denke mal, da gab es nur noch den einen Weg dann Richtung Norden. Sonst müssten wir die ganze lange Reise Richtung Osten wieder zurückfahren, was uns aber tatsächlich nicht weiterbringen wird. Doch, denke ich mal, haben wir heute wieder einiges geschafft. Okay, unsere Nahrungsquellen. Also da hätte ich mir wirklich ein schönes Sackgebiet jetzt gewünscht, wo ich auch meine Flint da einsetzen kann, um mir ganz viel Material wieder für unseren Kartenstapel zu besorgen. Ist uns aber leider nicht vergönnt. Wären wir noch ein bisschen Hunger leiden müssen. Doch, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, das Video ist ja jetzt donnerstags online gegangen. Ihr habt dennoch bis Sonntagabend Zeit, eure Entscheidung mir über die Kommentare kundzutun, sodass ich mir danach ein kleines Muster zurechtbauen kann, wie ich die nächste Folge bestreiten kann. Dann hoffe ich natürlich, dass es etwas Spaß gemacht hat und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Habt Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020